Hallo, mein Name ist Peter Beck. Ich bin Produktmanager für Workstation Rugged Produkte bei der Firma Dell. Wir sind heute in Berlin auf der PLM Europe und stellen unser neues Workstation Portfolio vor. Wir schauen uns natürlich immer die Trends der Zukunft an. Wir schauen uns an, wo geht die Reise mit Virtual Reality hin, wo geht die Reise mit Artificial Intelligence hin, auf welche Trends muss man setzen, welche Technologien muss man vielleicht einführen, um dem gerecht zu werden, was unsere Kunden sich vorstellen. Deswegen entwickeln wir heute schon Systeme, die out of the box zum Beispiel Artificial Intelligence Anforderungen abdecken, indem man halt spezielle Software vorinstalliert oder spezielle Softwarepakete mit vorinstalliert. Wir qualifizieren unsere Systeme als Ready for VR, um dem Kunden die Sicherheit zu geben. Wir hören aber noch lange nicht am Endbenutzer auf, sondern natürlich gehen wir weiter bis hin ins Data Center. Dort geht es natürlich weiter mit dem Thema Artificial Intelligence, künstliche neuronale Netze programmieren und so weiter und so fort. Und ich sage mal, welche Anforderungen der Kunde auch immer stellt. Wir bereiten uns vor, eben weil der Kunde es von uns erwartet als End-to-End-Lösungsanbieter. Deswegen ist Dell in solchen Bereichen einfach die richtige Wahl.